Bom dia Amigos! Noch 25 Tage bis zur Eröffnungsfeier der Paralympics in Rio 2016. Ich bin mit großer Vorfreude und Gänsehaut auf dem Weg nach Rio. Im Moment ist das Paracycling-Nationalteam im Höhentrainingslager in St. Moritz. Ich freue mich wie Bolle, wenn man jetzt mittlerweile so schön sagt nach Timo Boll. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders auf Marcel und Nick, wenn ich die wieder treffe in Rio, weil bei dem Beugen läuft ja was und jeder kann es mitverfolgen unter Hashtag Rio Maniacs. Und ich darf natürlich als Dortmunder auch noch meine Vorfreude ganz besonders zum Ausdruck bringen und sage noch Do für Rio. Ich freue mich und wir freuen uns alle. Tschüss!